Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallam. Sittu barak alayhi wa sallidi ya rasulullah. Salat ala ala salam an da imeni. Massih den barak ala y yo maddin. Amma ba'du salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhi wa barakatuhi wa sallam. Wir machen weiter mit der Videolegung von Muraja'at von Abdul Hussain Sharafaddin al-Musawi, Seite 30. Wir sind gerade bei Seite 96. Den nächsten Beweis von diesem Dajjal, wo er versucht, Diese Imame in den Koran rein zu quetschen, da sie kein einziges Beweis gefunden haben im Koran, der eindeutig auf deren zwölf Imamen deutet, haben die entweder gesagt, der Koran ist verfälscht, weil die Sahaba haben es verfälscht, der Name von Ali haben die gelöscht und der Name von Emma haben die gelöscht. Was der über 90, über 95 der schiitischen Gelehrten das sagen und die anderen 5 sagen das nicht durch Taqiyah. Die sagen das auch, aber die sagen, machen Taqiyah und sagen, nein wir sagen das nicht. Und die andere Sache ist, dass die versucht haben die Deutung des Korans, die sinngemäße Übersetzung des Korans bzw. die Verse des Korans so zu interpretieren, dass es nach deren Gelusten passt. Und das ist unakzeptabel, der Koran ist klar, jeder versteht den Koran, deswegen versuchen wir in diesem Teil, Teil 30, noch weitere Beweise von diesem Dajjal, Abdul Hussein, zu widerliegen. Der nächste Beweis von ihm ist, am Yahsudun al-Nas ala ma'atahumullahu min Fadli. Das ist der nächste Beweis von ihm. Wir sind al-Nas, ja, die interpretieren das so. Die sagen, al-Nas sind Ali, Hassan Hussein und Fatima. Ja, und dann sagen die, was zurriya, was zurriya, was zurriya, so sind die Pharisäe und die Nachkommen von Hussein, von seiner persischen Frau, die sieben Söhne, ausgesuchten Söhne. Und dann sagt er, ala ma'atahumullahu min Fadli, yani al-Imama. Ja, yani, guck, wie die das interpretieren. Die interpretieren das so, die sagen, die Ahle sunatul jama'ah machen Hassad auf diese vier, dass Allah denen den Imame gegeben hat, liebe Geschwister. Ja, und das ist Pleite und das ist wirklich Dummheit von den schiitischen Gelehrten und auch, ja, dass die wirklich Ahmaq sind, die schiitischen Gelehrten, das brauchen wir jetzt nicht zu beweisen, liebe Geschwister. Ja, aber ich will euch nur sagen, wie die das übersetzen. Am Yahsudun al-Nas, yani al-Nas sind die vier und Yahsudun sind Ahel sunat, dass die Hassad machen auf diese vier, weil Allah denen den Fadl, den Imame gegeben hat, den Wille gegeben hat. Wenn wir auf den Koran zurückkehren, liebe Geschwister, und die Verse lesen in Surat Nisa ab Vers 51, und ich bitte euch, dass ihr selber die sinngemäße Übersetzung von diesen Versen liest, den ich gerade für euch lese, für euch lese. Liest die sinngemäße Übersetzung, damit ihr wisst, wie ahnunglos die Schiiten sind. Allah sagt, tabarakatala, in den Koran, guck, liebe Geschwister, worüber Allah tabarakatala redet. Allah z.T.T.T.T.T.T.T.T.T.A. in den Koran. A'udhu billahi min al-Shaytan r-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'lam tere, ile الذين u't u'tu n- внутриkiera. Und dann geht es weiter. Z.A.B. 4-5 Das ist die Wahrheit. Oder die Juden machen Hassad auf Ambiya, weil Allah die ausgesucht hat und weil Allah sie zum Propheten gemacht hat. Oder eine andere Deutung, die Juden machen Hassad auf bestimmte Menschen in der Zeit der Propheten. Und wir wissen, liebe Geschwister, bezüglich dieses Verses, die Juden kennen den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, aber die Muschrikien von Koraych nicht. Was meinen wir damit? Allah sagt, barakallahu wa ta'ala, im Koran, Die Leute der Schrift kennen den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, weil von ihm berichtet wurde, im Koran, im Alten Testament, im Neuen Testament, in Jil und Taurat. Lieber Geschwister, einmal die Muschrikun kennen ihn nicht. Aber die sind beide, die Juden und die Christen und die Muschrikun, kulluhum muaniduna mukabiruna jahidun. Die sind alle, haben ein Ziel, nämlich den Islam zu zerstören. In den damaligen Zeiten und auch jetzt. Und jetzt sind auch die Schiiten dazugekommen. Also neben den Juden, Christen und Muschrikun kommen die Schiiten und versuchen den Islam zu zerstören. Und früher war es genauso, liebe Geschwister. Und Allah, barakallahu wa ta'ala, erklärt uns, wie die Juden damals gehandelt haben. Deswegen sagt Allah, barakallahu wa ta'ala, Alam tera ila ladina utu nasiban min al-kitab. Wer sind die utu nasiban min al-kitab? Das sind die Juden, ja. Yu'minuna biljibiti wa ta'agut. Ja. Was ist die Geschichte von dieser al-jibit wa ta'agut, liebe Geschwister? Natürlich, al-jibit wa ta'agut, die Schiiten übersetzen das, die sagen, das ist Abu Bakr und Umar, alayhi wa sallam, liebe Geschwister. Nur damit ihr neben Informationen. Die Geschichte von al-jibit wa ta'agut ist, liebe Geschwister, Nachdem die Juden gefragt haben, sind wir, oder was sagt ihr über den Prophet, was sagt ihr über Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Die Juden haben gesagt, er ist ein Lügner. Und ihr seid auf dem rechten Weg, ja. Die Juden haben das zu den Juden gesagt. Ihr habt hier den Hak mit euch. Ja. Und die Juden haben gesagt, wo sind eure Götzen, damit wir diese Götzen zu Jud machen, auf diese Götzen, ja. Also die setzen sich nieder zu den Götzen, ja. Die machen sozusagen zu Jud zu den Götzen von den Qurayshiten, von den Mushrikun, damit die sagen, wir sind mit euch, ja. Und wir sind gegen Mohammed, liebe Geschwister. Deswegen sagt Allah ta'ala, Und jibit wa ta'agut sind die Götzen. Und jibit wa ta'agut sind die Götzen, ja. Und jibit wa ta'agut sind die Götzen. Und jibit wa ta'agut sind die Götzen. Und jibit wa ta'agut sind die Götzen. Und jibit wa ta'agut sind die Götzen, ja. Und das hat damit absolut nichts zu tun. Imam al-Qurtubi, alayhi rahmatullah, sagt, Am Yaxudun al-Nas, Also die Juden machen Hassad auf wem? Al-Nas ist damit der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gemeint. Und Imam Shaukani sagt, Die Juden machen Hassad auf den Propheten. Oder die Juden machen den Hassad auf den Propheten und seine Gefährten, ja. Weil die Juden wussten, dass das eine Zeit ist, wo der Prophet rauskommt, liebe Geschwister. Und die Christen wissen das genauso. Aber sie versuchen die Deutung des Korans zu fadgien damit sie diese Affunden imamah bestätigen. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Ja sagt, Das sind alle Amran, liebe Geschwister. Lest euch den den sinngemäßen Übersetzung von diesem Vers. Abdel Hussein sagt, dieser Rasikun sind Ali, Hassan Hussein und die acht Sohne von Hussein von seiner Persischen Frau. Frau. Ch hier imam baut gibt es die diese sind die GLEATEN diese sind die GLEATEN aber die GLEATEN vonはは в Onschiag wir sehen uns hier Wie die gelehrten Schiiten ticken und das, was noch übrig bleibt von den Gelehrten von Schiiten, von deren Salaf, also die frühen Gelehrten von Schia, dazu kommen wir noch. Wenn wir damit fertig sind, kommen wir noch, damit ihr die anderen Gelehrten von Schiiten kennenlernt, wie sie getickt haben, wie Al-Qummi und Al-Kulayni und At-Tabrasi und At-Tusi und so weiter und so fort. Dazu kommen wir inshallah ta'ala noch. Ja, deswegen sagt Imam al-Baghawi, Al-Rasichun, Fil-Almi, sind die Gelehrten, Muttaqin von den Gelehrten, ja, und dass die den Wissen wirklich sich angeeignet haben, diesen Wissen, und die nutzen diesen Wissen, ja, um die Leute recht zu leiten. Und Imam Malik sagt, Al-Alimu, Al-Aamilu bima'alim, Al-Muttabiu lima'alim. Er sagt, das ist ein Gelehrter, der sich Wissen aneignet und mit diesem Wissen arbeitet, ja, und auch diesen Wissen, was er angeeignet hat, befolgt, nicht nur einfach für sich und damit nicht arbeitet und es nicht verbreitet, diesen Wissen, sondern andersrum. Auch Imam al-Tabari sagt, das sind die Gelehrten, Muttaqin von den Gelehrten und die Gelehrten, die ein sich Wissen angeeignet haben und dies auswendig bei sich behalten haben, ja. Und wir, Al-Alimu, Al-Jamaa, liebe Geschwister, haben, ja, aneignet bei uns gibt, also, es streitet nicht zwei Leute über, dass Ali oder Hassan Hussein ibn Abbas, Ubeidullah ibn Abbas und Al-Hassan ibn al-Hassan oder Al-Muthanna, Al-Hassan ibn al-Hassan ibn al-Hassan al-Muthallath, Zeyl al-Habeddin, Zeyl ibn Ali, Abdullah ibn Ja'far, Al-Baqar, Ja'far al-Sadiq, Ismail ibn Ja'far, Abdullah ibn Ja'far, Musa ibn Ja'far. Liebe Geschwister, dass diese Leute von den Rasichun sind von allem. Das sind die großartigen Gelehrten, liebe Geschwister, von der Familie des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Aber nicht nur sie. Warum nur sie? Ja, und wir sagen nicht, warum nur sie. Die Schiiten aus den Namen, die wir genannt haben, ja, suchen sich nur zwölf raus und alle anderen sind Kuffar. Auch von der Familie des Propheten, weil die nicht an diese erfundene Imame glauben, der nach dem Tod von Al-Hassan al-Asqari zustande gekommen ist. Ja, früher wusste man nicht, dass die Schiiten zwölf Imame sind, liebe Geschwister. Die haben immer gewartet, bis ein Imam gestorben ist, damit die gucken, okay, wer ist der nächste Imam. Die haben doch keinen Beweis und wir haben dafür genug Beweise. Beispielsweise in dem Buch von Nubachti und allen anderen Gelehrten von Schia, die sagen, nachdem Al-Hassan al-Asqari gestorben ist, die Schiiten haben sich gespalten in 14 Gruppen. Nachdem Ja'far al-Sadiq gestorben ist, die Schiiten haben sich gespalten in mindestens sechs Gruppen. Warum? Wenn die den Nass haben, wenn die sagen, okay, wir haben Beweise aus dem Koran und aus dem Sunnah, dass die Imame so und so und so sind mit deren Namen, warum spalten sie sich? Lieber Geschwister, es läutet darauf hin, dass diese ganzen Geschichten, dass die sagen, zwölf Imame und unsere Beweise sind aus dem Koran und unsere Beweise sind aus dem Sunnah, die sind alle nachgeschrieben. Nachdem Al-Hassan al-Asqari gestorben ist, sind die schiitischen Gelehrten gekommen, haben das nachgeschrieben. Das ist angeblich der Name, der Prophet hat die Namen dieser zwölf gesagt. Lieber Geschwister, dazu kommen wir noch inshallah ta'ala in einem Extradars, wo wir über die Imame selber reden. Ja? Wir sagen, liebe Geschwister, in dem Hatta, damit ihr wisst, in dem Buch von Ar-Rijal al-Kashi, liebe Geschwister, damit ihr wisst, wie die über Ibn Abbas reden, da kommt der angeblich Al-Baqr und macht sich lustig über Ibn Abbas, liebe Geschwister, ja? Weil Ibn Abbas gesagt hat, dass er auch von den Rasichun ist, von Ulm, dann sagt Al-Baqr über ihn, A'mallahu, Basarahu, Basiratahu, ja? Oder sagt, A'mal, Basariu, Basira. Da sagt angeblich Al-Baqr über Ibn Abbas, dass Ibn Abbas ein Blinder ist, also innen und außen, ja? Sein Herz ist blind und seine Augen sind auch blind. Die können die Wahrheit nicht sehen, ja? Die Wahrheit ist damit die Imame gemeint, liebe Geschwister. Das ist nicht so, dass wir die Familie, die Skauffein sind, und so weiter und so fort dies und die familie des propheten sallallahu a.sallam gehören zu den rasch und von ilm liebe geschwister aber nicht nur diese die diese ausgesuchten sohn von hossein von seiner persischen frau inklusive hassan und hossein und ali nicht nur sie ja kommen wir zu einem weiteren beweis von diesem rejala abdul hossein da sagt der rejala sehr lustig damit hier wie die schiiten das alles beweis nehmen es wirklich damit ihr wisst dass sie wirklich keine ahnung von quran haben es ist sehr lustig dass sie das alles so weiß genommen haben guck liebe geschwister damit wir wissen dass die schiiten wirklich null ahnung von quran haben lesen wir die fiese liebe geschwister und ich bitte euch dass ihr die sinngemäße übersetzung von diese surat lahzab liest ab vers 9 liebe geschwister ja seite 419 da sagt allah tabarek wa ta'ala abdubillahi min shaytan rajeem bismillahirrahmanirrahim ja allahein aamn oozikur nirmatallahe aleykum idz jahatkim jenudum fahrsanna عليهم reihaan wajenudan nam terohaa wakana allahe bima tiamenun bostira idz jauukum min fokikum wa min asfala minikum wizz zagao kum min fokikum wa min asfala min kum wizz zagao till abcarao wabalagat القلوب الحناجir wotadun nun billahi zhununa wunalik betuli المؤمنون wuzulzeel zilzala شديda und janias konnt wizz yقول المناfiquun walladhin fi قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقاملك فارجعوا ويستأذن فريق منهم والنبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من من الله ان اراد بكم سوءا اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلما الينا ولا يأتون البأس الا قليلا اشحة عليكم فاذا جاء الخوف رأيتم 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 ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد اشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأتي الاحزاب يودوا لو انهم بادوا في الاعراب يسألون عن انبائهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا الا تبديل يحسبون بخير 9 ليست اسبطا بخير 23-24 لمتك رأى هلعبوا لكم نين يمرون يبحثون يحسبون يحسبون إكثر يحسبون دعائفة من من دعائفة من من لهي من على أحد الآية المؤمنون لأعرف يحسبون قد إنه الط العمل haben und deren verhalten in dem rassel von handel als erstes sagt dass die das die nun dass die gläubigen angst hatten ja ja nicht und dann aber redet über die meneufikun ja in diesem zeit und dann nach dem allah tabarak und taala die sozusagen die eigenschaften der meneufikun in diesem zeit aloitet hat, بعد an dhakar ähwalahum, alain yedhkur ähwalahs salihin. فقال لقد كان لكم في رسول الله esotun hasena. ولما رأى المؤمنون und ähzab. يعne nach dem allah tabarak und taala die meneufikun die hoishla aloitet hat. sagt allah tabarak und taala äh geredet jesu ibadi gläubigen. الذinen hun قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون und ähzab. قالوا. إلى آخر الفئ. und dann sagt he. من المؤمنين rjallun äh صدقوا. ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه. ومنهم من ينتظر. وبدلوا تبديله. äh und dann di fiazalibegish. wasta zinklaa und doytisch. ja. Allah geredet hier über Ma'rakat al-Ahzab. Al-Khandaq. ja. Und die Qurayshiten kamen mit ca. 10.000 soldaten liebe Geschwister und versuchten Medina anzugreifen. ja. Die haben sozusagen Medina äh Hasar al-Medina die haben Medina sozusagen äußerlich genommen also von den Grenzen halt haben die Medina genommen und die Gläubigen liebe Geschwister haben Khandaq haben Löcher gebaut in der Erde damit sie das alles Falle stellen für die 10.000 Soldaten von Mushrikun. Was hat das mit Ali zu tun hier? Was hat das mit Imame zu tun? liebe Geschwister Welchen Maßstab nehmen die Schiiten hier um zu sagen das ist für die Imame gemeint. Ali und Hassan Hussein und dann die acht Sohne von Hussein von seiner persischen Frau. Ja. Ja. Das komische und das lustige daran ist Abdul Hussein sagt mir Al-Mu'minine Rijal Er sagt damit sind Ali und Hassan Hussein und die acht Sohne von Hussein von seiner persischen Frau gemeint. Guck. Allah sagt da Wa Ta'ala hier Ja. Ja. Es gibt Leute von denen die schon gestorben sind als Märtyrer Schuhada Ja. Ali ist gestorben hier laut schiitischen Übersetzung und die gefälschte Deutung vom Koran liebe Geschwister Ja. Ali mat und Hassan Hussein warten. Stellt euch mal vor Ali ist gestorben im Resort Al-Ahzab und die anderen warten noch bis die sterben. Was ist das für ein Tafsir liebe Geschwister Ja. Ja. Hatta die Ich weiß nicht wie ich diese Schiiten wirklich beschreiben soll. Koran ist klar und deutlich jeder von uns versteht das liebe Geschwister Wir alles Ajam Wir alles Ajam Wir alles Ajam Wir verstehen das liebe Geschwister Ja. Fama balu Al-A'rabe Fama balu Al- Dienigen Auf dem den Koran hier abkazant ist liebe Geschwister Fama balu Al-A'rabe Deswegen Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu war da sagt Der Koran kann man in 4 taile taile liebe Geschwister sagt Seidna Ibn Abbas Er sagt Er sagt Ein Teil davon ist wo kein Muslim kein Mu'minn ist erlaubt dass die dies nicht verstehen sondern die mussten versuchen dies zu verstehen ein Teil vom Koran Und dann sagt Es ist nur Allah was damit gemeint ist Liebe Geschwister Ja. Und Al-Qismul-Ajall Al-Akthar Kama qal ibn Kathir wa gayruhu min Ahlilmi huwa al-ladhi la ya udhru ahadun bi jahlihi Al-Quran wadah Und Die Geräten sagen Das das meiste vom Koran ist klar und deutlich Ja. Es gibt kein Uzzur für die Leute die sagen wir verstehen den Koran nicht Wenn die das lesen werden die das verstehen damit beschäftigen und den Koran mit Tadabur lesen Ja. Wenn wir sagen zum Beispiel Allah sagt im Koran Wir verstehen was damit gemeint ist Alhamdulillahi Rabbil Alamin Verstehen was damit gemeint ist Liebe Geschwister Ja. Und der Koran macht Tafsir für sich also selber also manche Fiasse machen Tafsir für andere Fiasse Liebe Geschwister Beispielsweise Im Koran sagt Allah am Anfang in Surat Al-Fatihah Allah sagt Sirat al-ladhine طيب Wesen die Leute an'amta alihim Liebe Geschwister Gehen wir auf Surat Allah sagt Versteht ihr wie Koran Tafsir macht für sich selber also manche Fiasse machen Tafsir für andere Fiasse Wir brauchen nicht zu Sunnah des Propheten zu gehen oder wir brauchen nicht diese ganzen Tafsir von den Rafira dieses Tafsir von diesen Sabaiten ja damit das deutlich gemacht wird ja wie die Schiiten das behaupten wie die Schiiten das das wie die Schiiten das die Schiiten das siehne Adam die Eine wirkliche Variante, die sich in dem Gedanken von Allah-Tabarak-Wat-Wat-Watwas ist. Es gibt nur ein paar Dinge, die sich in diesem Baume gemacht hat. Das ist ja, dass die Abba aus dem Baume gebrochen ist. Und wenn Sie die Aussage sagen, dann wird die Abba aus dem Baume gebrochen. Und wenn Sie die Abba aus dem Baume gebrochen werden, dann wird es auf dem Baume gebrochen. Das ist ja, was er. Jetzt wird die Abba aus dem Baume gebrochen. und sagte, Und dann sage ich, dass sie zu dem anderen, was diese Klamen gibt? Die können wir sagen, sie sind die Klamen, Ali, Fatiha, Hussein und Hussain. Ich habe gesagt, sie sind die Bates, die die Klamen nicht mehr als Sebe. liebe geschwister ja allah sagte barik und allen kuran und wieder liegt damit die sebeiten die schiiten sagt allah tabarik und ala in surat al-arraf sagt seyden adam antwortet und erklärt uns allah tabarik und ala basse den adam gesagt hat was waren diese kalimat seyden adam sagt kala er und seine frau rabbena inna zalamna anfusena wo innam tagfirlena watar hamna lanakunenna min al-khasirin lieber geschwister das ist der tafsir von diesem vers ja der ganze koran liebe geschwister ist tawhid der ganze koran ja aber die medha von schiiten der medha von seiten und deren diener homo yahudi ja die diese jüdische religion von schiiten ist wirklich außer schirk ist nichts anderes beinhaltet beinhaltet nichts aus nichts außer die schirke über geschwister ja den schirkel war war ja aber sagt er war total erbudullah in mehr als 20 30 40 stellen sagt ja und die sagen nein die propheten sind gekommen mit dem huila von ali liebe geschwister ja dem glauben wir glauben wir die allah tabarik und taala die klouwm bei denak vang und sanbiet dinagieren Freunden und den ghlyon dinahom die gehudi glim viva это Ich habe das Gefühl, das ist eine Frage, dass wir uns vergessen haben. Ich habe das Gefühl, dass wir uns vergessen haben, weil wir uns vergessen haben. die sagen die sagen ww hum rijal rjall 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 die Ich habe die Geschichte auf die Ärafen. 4.4. Aber das ist nicht so. Und ich bitte, dass ich die Zinke im Messer und die Zinke lese. Allah sagt, tschüss. Und zwischen ihnen hichab und auf den Ärafen, riechalun, jägarifun, 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 jägarifun. Jetzt kommen die Leute von A'ARAF, Rijal al ajraf, zu den Leuten, die schon in Jannah sind, Rijää al A' actor, liebe Geschwister, wisst ihr, wo sie sind? Die sind zwischen Jannah und zwischen Jahannam. Vaaliaada billah. Möge Allah uns bewahren von Jahannam. Die sind dazwischen. Erst die die Ahle Jannah sehen, sagen Rijää al-ARAf, damit ist gemeint wer, Ali und Hasan Ahser, wie die Schiiten das sagen. die sind dazwischen die sagen, wenn die Ahle der Jannah sehen, sagen Salam Aleikum und als sie sich drehen und den Leuten aus der Hülle sehen, die Leute die in der Hülle sind, die sagen Wer sagt das, liebe Geschwister Ahle der Araf und wir sind Araf, Ahle der Araf sind Ali und Hassan Ahsien wie kann es sein, dass die Ahle der Araf sind, liebe Geschwister als ob man nicht weiß ob Ali und Hassan Ahsien in der Hülle landen oder in Jannah liebe Geschwister, guck wie die Schiiten das darstellen, die sagen Ali und Hassan Ahsien sind dazwischen deren Masir ist nicht sicher, ob die jetzt in die Hülle landen oder in Jannah deswegen sagen sie zu Allah wenn sie die Leute von Jahannam sehen, sagen sie Oh Allah, bewahre uns wie kann es sein, dass die das sagen ja wie kann es sein, dass die das sagen die sind doch von Ahle Jannah Ali ist von Ahle Jannah und Al-Hassan und Hussein sind Seyyida wie kann es sein, dass sie zwischen Jahannam und Paradies stehen und man ist sich nicht sicher ob die jetzt in die Hülle gehen oder im Paradies wie kann das sein guck liebe Geschwister diese ganzen Aqaid von dieser Leute wie die über Seyyidna Ali reden und seine Söhne wo ist der Fers von Allah wo er über die Glaubigen sagt Aqaid von Aqaid von es gibt Leute die Gelehrten sagen das sind Leute deren Hassanat und deren schlechten Taten sind gleich das heißt ja wie soll ich das sagen ja die haben zum Beispiel damit ihr es versteht ich mache es einfacher die haben 100 Hassanat und 100 Seyyida das heißt die sind Beine Beine wenn zum Beispiel 101 wäre deren Hassanat würden die im Paradies landen und so weiter und die sind in der Mitte und Allah entscheidet letztendlich wer oder wo sie hingehen und dann sagt Imam al-Shawqani sagt manche sagen damit sind Ali gemeint damit sind Ja'far gemeint und manche sagen damit sind die Malaika gemeint Engel Al-Shawqani erklärt uns das und sagt natürlich Imam al-Shawqani holt die Aussagen von von anderen Imam al-Shawqani imam al-Shawqani sagt da sind Leute da sind Gläubige und da sind Leute die also sozusagen ganz am Ende in die Paradies gehen weil die sozusagen deren Taten die waren zwar Muslime und Mu'minun aber die hatten schlechte Taten und Allah hat sie warten lassen dazwischen also zwischen Jannah und zwischen Paradies und bis Allah Tabarak und inside das die dann in die Jannah ein Gehen abu Sraud Ali rachmatull Allah sagt und die die in die jahre und die die jahre das imam zemmach schreeg und das sagt Das ist eine Dachwache, was wir sagen jetzt, an die Hussan und Hussain und Ali, diese Dachwache ist nicht immer möglich. Deswegen akzeptieren wir nicht, dass Ali, dass die Zukunft von Ali nicht sicher ist, ob er in der Glocke landet oder ob er in der Gahnen und der Gehennung und der Gehennung die Saiten sind. Gehen wir wieder auf diesen Fass, die wir jetzt besuchen. Wir sprechen über die Götter und die Götter und die Begeber in dem Web gibt's den Überblick auf den Geschwache. Was positionieren wir hier? Was finden die Nure auf? Nein, ja ich bin. In Vers 15. Vers 15. Challenge am Vögel. tier 1. tier 2. tier 2. tier 3. tier 3. tier 2. tier 3. Meditاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصر الى آخر الآيات Wenn Allah T.B. und Ta'ala sagt, Leibgich wester, Fieh Buiyut, Adina Allah, Leibgich wester, Buiyut, hier, Also ein Fies davor, ein Fies vor diesen Fies sagt, Allah T.B. ta'ala, Fieh Buiyutin, Adina Allah, Adina Allah, An turfa' Woyyuzkar fiha ismuhu, Woyuzkar fiha ismuhu, Yusabbiحu lehu fiha bilhuduwi l-asal. Ein Fies davor, Und dann, Sagt Allah T.B. ta'ala, Rijalun Latulihim tijara, Ja? Guck, lieber Geschwister, wie, was für ein Fuchs dieser Abdul Hussein ist. Er holt nicht den ganzen Vers davor. Guck mal, er holt nur diesen Viertelfers. Das ist ein Viertelfers, ist verbunden mit einem Vers davor, wo Allah T.B. damit anfängt, zu sagen, Fieh Buiyutin, Adin. Er holt nicht von da. Weil er von da, wenn er von da holt, liebe Geschwister, dann wird sein Beweis zerstört, liebe Geschwister. Warum? Weil der sagt, Rijalun Latulihim tijara. Damit meint er Rijal, Ali und Hassan Hussein, und dann die acht Sohne von Hussein, seine persische Frau. Ja, damit will er das unterstützen. Aber wenn er den Vers, den ganzen Vers davor bringt, dann zerstört er damit diesen Beweis von sich. Deswegen sagt Allah T.B. Fieh Buiyutin, liebe Geschwister. Ja, und die sagen, damit ist gemeint, das Haus von Ali, liebe Geschwister. Allah jaqul, Fieh Buiyutin, Buiyutin sind Häuser, plural von Haus. Ja, also das Haus und die Häuser. Und die Buiyutin sind damit die Moscheen von Allah T.B. und Ta'ala gemeint. Die ganzen Masajid, die ganzen Jami von Allah T.B. Damit sind die Masajid gemeint, liebe Geschwister. Gottes Häuser. Und Allah sagt T.B. Und dann sagt Allah T.B. Rijal, die in diesen Moscheen beten. Was hat das mit Fatima zu tun, liebe Geschwister. Weil die Schiiten sagen, das ist damit das Haus von Ali und Fatima gemeint. Was hat das damit zu tun? Ja, Allah sagt Rijal. Ja, wenn das Haus von Ali Fere, liebe Geschwister, dann hat Allah T.B. gesagt, Usser, ja, Fie Usserin. Oder Allah hat T.B. gesagt, Rijal und Nisai. Oder Allah hat gesagt, Röjul und Omerah. Ja, deswegen passt das nicht, liebe Geschwister. Dachmier und Nassi, die man lai ahtemill, das ist Dummheit. Das ist diese vergammelte, liebe Geschwister, der Medheb von Schi'a, die vergammelte Schiitische Zekte, die den Koran so dreht, damit sie nach deren Gelusten und nach deren Medheb passt. Imam T.B. die Ali R. sagt, La yeshgaluha ula al-Rijal ladhine yusalluna fiehadihil Masajidi alati udhinallahu adhinallahu anturfa'a anturfa'a uyudkar fiha smuhu Und dann sagt er, jaani, La yeshgaluha ula al-Rijal tijjaratun uwe la baya Den beschäftigt sich. Also, die Leute, die hier gemeint sind, sind Leute, die tatsächlich, wenn das Gebet ist, dann gehen sie dann beten. Den interessiert dann nicht Handel und einkaufen und verkaufen und so weiter und so fort. Imam Al-Qurto zu tun haben. Beschäftigt diese Leute nicht, die wirklich beten und wenn es Gebetszeit ist, dass die dann rasch zu den Moscheen gehen und anfangen zu bieten. kala kathirun Und das ist klar und das Haus von Ali ist nur ein Haus. Hassan und Hussein haben keine Häuser, die sind klein, liebe Geschwister. Und wie kann sein, dass dann Allah sagt, Fibu Yud, wenn die Schiiten sagen, damit ist das Haus von Ali gemeint. Deswegen, liebe Geschwister, die Schiiten versuchen mit alles mögliche, liebe Geschwister, den Koran zu verdrehen und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu verdrehen, damit es nach deren Gelüsten und nach deren Glauben passt, liebe Geschwister. Als sie den Koran, als sie gemerkt haben, dass der Koran die Schiiten nicht hilft, die Zölde nicht hilft, haben die gesagt, der Koran ist verfälscht oder die haben den Tafsir vom Koran, wie ihr seht, verdreht, wie Abdul Hussein das darstellt. Oder die haben der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verfälscht und indem sie viele Ahadise geschrieben haben, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist, beziehungsweise nachdem die immer gestorben sind, haben die viele Ahadise geschrieben und gesagt, diese Ahadise haben die immer gesagt, von deren Opa, dass das so ist oder so. liebe Geschwister, aber wenn wir tatsächlich der Madhab von Shia, diese Sekten, diese Sekte von Shia in Betracht ziehen, näher, also näher in Betracht ziehen, die haben kein einziges Hadith, liebe Geschwister, der authentisch überliefert ist und richtig ist, bis zu den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nach deren Maßstab haben sie nicht, liebe Geschwister, abgesehen davon, dass der Koran denen nicht hilft, ja, wir gehen jetzt auf die Sunna, bitteschön, das ist unser Teil 30 von unserer Widerlegung, holt uns bitte, schreibt unten in den Kommentaren bei YouTube, schreibt einfach rein und holt uns ein Hadith, der authentisch überliefert ist, ja, sahih ist, die Gelehrten von euch sind darauf einig, nach eurem Maßstab, haben sie nicht, liebe Geschwister, und dann sagen sie, wir sind Wurzel des Islams und wir sind Ahl al-Haq, unsere Immen sind Hujajullah und so weiter und so fort, bitteschön, holt uns diese Frage, beantwortet diese Frage mit einem Hadith, mehr wollen wir nicht von euch, mimma ye bayyanu, und das deutet darauf hin, dass dieser Methab von Grund aus vergammelt ist, dass es auf Batil basiert, und Al-Batil sagt Allah tabarakatahu wa ta'ala darüber, inna al-Batil a-kana zahuqa, ja, deswegen das, was er sagt, hier ist Batil, wenn er sagt, wubiuti humul lati hier, wubiuti humul hier, lati dhakarallahu azzawajalla faqalufi bujutin adiallahu an turfa'a u idhkar fiha ismuhu, damit ist doch Ali gemeint, in dem Zeit war nur Ali, ja, wie kann sein, dass Allah über andere redet, wo die gar nicht existieren, wie Mohammed al-Bakr und so weiter und so fort, ja, Allah redet hier, wie die Schiiten sagen, über Ali, und wenn es über Ali ist, dann sagt nicht Allah fubiut, sondern Allah sagt fubiut, ja, so, dann gehen wir weiter jetzt, äh, es geht hier weiter, ab, äh, hier, Seite 83, waqad ja'alallahu mishkatuhum fiha ayat al-nuri mithal ni nurihi, äh, wir, äh, stoppen hier, inshaAllah ta'ala, und beim nächsten Ders machen wir inshaAllah ta'ala weiter hier, in diesem Vers, waalahu al-mithal al-fissamawati wa al-arzi wa huwa al-azizu al-hakim äh, und wassabikun, wassabikun, ulaikal muqarrabun, und so weiter und so fort, das machen wir inshaAllah ta'ala beim nächsten Ders weiter, und wie da liegen, äh, die bevise von Schiiten, und ganz besonders von dieser Dajjal, Abdul-Hussein, Scharfeddin Al-Musawi, inshaAllah ta'ala, subhanakallah wa bihamdik, nashadu an la ilahe lallah, nastagfiruka wa natubi ilik, subhanarabbik, rabbi la'azizu al-tihamma yasifun, wassalamun ala al-mursalim, walhamdulillahi rabbi la'anameen. Sous-titrage ST' 501